Hallöchen, willkommen zurück zu Battletech. Nach der letzten Folge, die ja ewig lange gelaufen ist, habe ich jetzt in der Zwischenzeit kurz meine Mechs repariert. Sieht man hier, ein Tag, fünf Tage. Und ja, nach 28 Tagen ist der Shadowhawk auch fertig, dem der linke Arm weggeschossen worden ist, in dem Bubbles gesessen ist, beziehungsweise Ex-Bubbles. Ich habe Bubbles umbenannt. Ah, wo haben wir den denn? Da unten. Ist jetzt Mr. G. Z-Toxikosa. Und ich habe auch schon ein paar Skillpunkte an die Mechkrieger verteilt. So. Oh nein, nicht Darius. Na, ich muss los. Tschüss. Wir kümmern uns gleich um den nächsten Auftrag. Und zwar möchte ich das B-Team machen, einfach weil hier 315er Salvage Möglichkeit besteht. Wir verhandeln das gleich mal, und zwar hier Vollstoff. Und nehmen das an. Oh, Moment. Ach, weil wir schon auf dem Planeten... Dann machen wir das eben andersrum. Ich fliege jetzt mal fünf Tage einfach, oder ich schwebe fünf Tage im Orbit. Tup, 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 jup. So. Und dann, falls das noch möglich ist, ja, nehmen wir jetzt das B-Team an. Immer noch 315. Ja, gesperrt, gesperrt, gesperrt. Ach, stimmt. Wir gucken uns gleich hier nochmal den Auftrag an. Der ist nämlich auch ganz interessant. Ich dachte eigentlich, das wäre nur so hinterhergesagt. Hier von wegen. Wo haben sie es denn? Da sie nicht verteidigt ist, die Piratenbasis, bla bla bla. Uns reicht ein Mechkrieger von ihnen, der sie im Auge behalten soll. Also können wir auch wirklich nur einen einsetzen. Wow. Da nehmen wir... Ah, der ist halt... Der ist halt nur im... Sollen wir da eine Mischung nehmen aus Nah- und Fernkampf? Ich glaube, wir nehmen da eine Mischung aus Nah- und Fernkampf. Denn nur Nahkampf, der hat zwar Bums. Oder sollen wir nur Nahkampf gehen? Es ist eine Piratenbasis. Komm. Wir gehen nur Nahkampf. Und setzen rein. Gegen wen mit Multitarget. Ich nehme... Ich nehme den André. Okay. Dann gucken wir uns das gleich mal an. Und da wurden wir auch schon abgesetzt. Mit drei... Trainees, sagen wir es mal so. Hä? Guano. Wir müssen also nur reinmarschieren und dumm rumstehen? Hört sich nach Bullshit an, wenn sie mich fragen. Ich will lernen, wie man schießt, nicht wie man rumsteht. Ponton. Für mich klingt das nach der perfekten Mission. Ich brauche eh nochmal Übung im Umgang mit dem Ding. Okay. Wir sollten sicher gehen, dass die Basis auch wirklich nicht verteidigt ist, Commander. Begeben Sie sich zu dieser Position. Von dort aus sollten Sie einen Blick auf die Basis werfen können. Okay. Wird gemacht. Stoppeln. Können wir nicht ein paar von den Gebäuden in den Lift jagen? Oh. Das sind also... die tollen Weckkrieger der Zukunft. Na, Prost Mahlzeit. Kopie das. Ach, ich darf die... Oh. Okay. Ich dachte, die bewegen sich von selbst. Nö. Darf ich mich um die echt kümmern? Konfirmiert. Got it. Ah, da bin ich jetzt eigentlich nicht so der Fan von. Ach, das ist sogar eine von denen. Ja gut, dann scouten wir doch mal mit den Hainis. Ja, dann ist Andrea einfach hinten dran. Wird schon passen. Ja, der ist nicht so schnell. Konfirmiert. Hi, den stellen wir in den Wald. Roof. Feindkontakt. So was. Da vorne befindet sich die Basis und sie wirkt verlassen. Ah, Mist. Kann ich dann vielleicht wenigstens ein paar Gebäude platt machen? Mhm. Antriebssignaturen. Oh, oh. Oh, scheiße, scheiße. Ich will nicht sterben. Brr. Vollidiot. Schaffen sie ihre Lanze in diese Basis und halten sie durch. Sollen in die Basis? Haben sie die nicht gesagt, die Basis wäre aufgegeben worden? Ja, wieso? Wann fahren sie was? Verteidigungstürme. Geschütztürme sind da. Aha, die sind nicht offline. Die haben Saft und pingen mich und den Leopard an. Geschütztürme. Die wollen uns aufs Korten. Ich dachte das. Scheiße, ja, ich die Kugeln, Baby. Okay, der hat Spaß dran. Ach, du warst schon? Nur noch du? Ach, das ist eine Frau? Kein Wunder, dass die als letztes... Ähm. Nein, nein, wir wollen ja nicht sexistisch sein. Wir halten uns mal zurück. Möchte, dass die Dudes da ein bisschen näher kommen. Acknowledigt. Ja, Commander. Was haben die denn so? Die haben... Ja, gut, die haben keine Skills. Die sind halt... noch krücken. Hm. Wir springen mal. Ah, das wollte ich eigentlich auch noch umstellen. Ich glaube, ich mache die Bewegungsverfolgung aus. Ach ja. Hier. Hm. Die kommt aber auch nicht weit. Auch mit einer AK-10 ausgerüstet. Acht Schuss. Mhm. Damit kann man zumindest was anfangen. Und an... Drei... Du... Sprintest. Ja, Commander. Guano geht noch ein bisschen weiter hierhin, ohne eine Sichtlinie zu haben. Ansonsten schießen uns die Türme zu Brei. All in a**. Puh. Denn solange uns die Geschütztürmer nicht sehen, oder solange uns kein Mech sieht, haben die Geschütztürmer auch keine Sichtlinie. So. Aber jetzt... Gucken wir mal. Aber da hätten wir... Einen richtig in Reichweite. Ja gut, wir machen das so. Dann sehen wir schon mal zwei. Das ist ein leichter LSR, Langstreckenraketen. Schredder-Geschütztürmer ist schon ein bisschen heftiger. Ja, den Schredder möchte ich gerne rausnehmen. Komm, gib ihm alles, was du hast. Oh, der steht noch. Ich lebe, um zu servieren. Double. Du hast eine PPK- und Kursstreckenraketen. Schade, dass du nicht multitargeten kannst. Komm, wir sparen uns die Raketen mal. Und Pontoon. Kriegst du irgendwas in Reichweite? Gar nichts. Sprintest du weiter, als du springen kannst? Auch nicht. Puh. Double-Time. Let's go. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch den Geschützturm rauskriegen. Aber André kommt da, glaube ich, nicht wirklich hin. Ne, der kriegt den nicht wirklich mit seinen Kurzreichweiten-Gedönse. Damn. Dann sprinten wir zumindest mal. So hätten wir fürs nächste... Ah, ne, wir sprinten hier rein. Also, wir sollen die Basis einnehmen. Und dann sollen wir hier die Max erstmal in Empfang nehmen? Hast du Schaden gekriegt? Oh, gar nicht gesehen. Oh, oh. Jetzt geht's ab für die Rekruten. Okay. Du triffst mit der PPK und den Kurzstrecken-Raketen. Nice. Ja, da müssen wir langsam hier mit der Hitze aufpassen. Der hat 97. Krieg ich das eigentlich hin, wenn ich mit... Nein, eigentlich nicht. Geben trotzdem alles. So viele Raketen wieder noch... In petto hast, ist das schon okay. Oh. Da hat uns mal... Mech von da hinten einfach mal anvisiert. Wow. Du hast eine AK-10 und... einen dicken Laser. Halt, einen Langstrecken-Laser. Ich weiß gar nicht, warum ich immer large... Das ist leicht, nicht large. Reichweite kurz. Damn it. Du hast einen Laser und auch Raketen. Ja gut, dann... Eigentlich müsstest du dich... woanders hinbewegen, um ausweichen zu bekommen. Aber dann kriegst du den... Nee, dann bist du zu weit weg. Damn. Hier bist du... Ja doch, hier kannst du ihn treffen. Heading nach. Aber gerade so. Ah, die wollten doch einen Kampf. Ja, bitteschön. Jetzt verzögern wir, weil uns nichts mehr sieht. Das heißt, die übrigen Mechs, die da vielleicht noch rumstapfen... sehen uns nicht. Und können damit nicht hier mit Indirect Fire auf uns draufknallen. Die müssen also laufen, wenn sie zu uns wollen. So wenig Mobilität. Und du... Mit der AK-20... Ah, du hast noch fünf Schuss mit der. Eigentlich würde ich das jetzt ungern machen. In Sichtlinie zu laufen. Also machen wir das so. So. Nächste Runde. Gegnerischer Zug. Oh ja. So langsam. Oh, kurz gesehen und wieder weg. Ah, die sind noch. Warte, um zu fangen. Nee, die sind alle zu weit. Ich meine, mir soll das eigentlich recht sein. Was ist denn, Buff? Ich stubble mit der PPK. Warte, deine Kommande. Kriegst du irgendwen hier in Sichtweite für Feuer? Ja. Das dürfte uns immer noch verdecken vor den anderen Mechs. Und wir sehen die auch nicht, richtig? Richtig. Überhitzung. Immer noch. Die PPK muss weg. Damn. Das heißt auch, der Shredder-Geschützturm kann auf uns schießen, oder? Ja. Na gut. Ein Treffer? Ein Treffer ist okay. Du bist zu weit weg für irgendwas. Komm, du. Gehst du schon mal hier hin? Da kann man doch runter, oder? Uh, vielleicht kann man da runter. Vielleicht. Pontoon. Finally. Mit der AK-10. 60 Schaden. Oh, da. Als ob. Als ob da fünf übrig bleiben. Ah. Und André kriegt kein Sichtfeld. Oh, Gott. Was ein Scheiß. Ich hätte doch den mit der AK-2 nehmen sollen. Und der müsste nicht so nah ran. So. Der kleine Bob kommt. 32 Schaden. Uh. Sie hat einen schweren Laser dabei, wie es aussieht. Steht bei. Oh. Ah, ich weiß nicht. Ich bin hier. Dann machst du das doch lieber du. Äh. Oder auch nicht. Du siehst den von dir. Was? Was ist das denn für ein Wischis? Dann schießt du halt den blöden Turm weg. Mann, 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 Mann. Verfehlt. Oh. Kommander? Und man kann da nicht nach... Man kann da nicht nach unten? Wie ist er? Doch hier kann man... Da kann man doch ein bisschen weiterlaufen. Oh, ich... Nee. Ich glaube, das könnte böse ausgehen für einige von den Rekruten. Stau! Mit deiner PPK. Äh... Ja. Schön im Rückwärtsgang, dann musst du halt auf den Kommando schießen. Kommst... Achso, ich dachte, du kommst nur mit der PPK hin. Nö, aber dann gibst du ihm halt einfach beides. Mal gucken, ob was trifft. Oh, ja. So, was kommt hier noch? Oh, hat der mir echt den Arm weggeballert? Scheiße. Ich glaube, ich bin mit André in die falsche Richtung. Ich dachte... Hm... Ah... Ah, da ist nichts in... Nee, da muss ich halt noch vor... Hey, da... Vor, zurück... Oh... Als gutes Beispiel sollte ich da vorangehen für die Rekruten. Aha... Das klappt ja wunderbar. Du hast ordentlich aufs Maul gekriegt. Du dürftest jetzt mal hier die Biege machen. Oder sollen wir hier full in gehen? Und... Ach nee, du würdest nur den anderen treffen. Nee, du machst die Biege. Oh, die haben in die PPK weggeschossen? Au... Oh, da wird der Ausbilder aber nicht so... ...erfreut drüber sein. Okay, André kriegt hier auch alles mögliche reingeballert. 73 Schaden. Prost Mahlzeit. Stand and by. Stand and by. Confirmed. So, Pontoon. Gib ihm bitte. Verfehlt. Ah, immer diese Coinflips. Ready for order. Da kommt der... Wieso kann man denn da nicht runter? Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Das ist so ineffektiv. God damn it. Okay, Enforcer. Oh, 100 Schaden. Are you fucking kidding me? Ja, habe ich auch gesehen, dass das durch deine Armour durchging. Du musst auf jeden Fall deine rechte Seite anbieten. Okay, wir müssen hier den Präzisionsschlag machen. Einfach damit das Ding weg ist. Komm, bitte trifft den Tor so mit der... Ah, nee. Den Seitentor haben wir weggeschossen. Okay. Er hat nur noch den Medium Laser und die kurzstärkenden Raketen sind kritisch getroffen. Ich kriege dich. Können wir in den Wald springen? Für zwei? Ja. Dann können wir aber nur mit der AK-10 schießen. Aber das ist okay. Hier geht's. Falls wir treffen sollten. Macht 60 Schaden. Das dürfte irgendwas durchschlagen. Ah. Ich bin bereit. Kommander? Ich bin bereit. Oh, nee. Passt. Sieben. Sieben hat er noch. Und deswegen kriegen wir nochmal aufs Maul. 26. Jop. Ich würde hier beide sehen. 65. 55. Brauche ich den ein Ausweichding? 75. 90. Okay, wir machen das so. Wir drehen uns gerade so, dass wir hier den Angriff triggern. Wir müssen ihnen immer noch die rechte Seite anbieten. Dann Multi-Target. Okay, wir fangen hier an. Und hier. Und die sollten doch... Ah, Moment. Ah. Hm. Ja gut, der ist eh nicht mehr dran, die Runde. Falls der nicht kaputt geht, ist das auch nicht schlimm. Copy das. Hm. Alright. Zwei Raketen haben den mittleren Torse getroffen. Tschüss. Hostile. Eliminiert. So, was machst du jetzt? Gar nix. Ja gut. Wenn das so ist. Ich stoppel, mein Freund. Du kannst mit den Kurzstreckenraketen da einmal draufhauen. Yay. Vier Raketen. Juhu. Okay. Alle drei Mechs sind vor dem anderen Dude dran. Ich krieg hier... Ja. Hier auch Sichtlinie und einen Ausweichwert. Ich copy. Dann fangen wir doch mit den kleinen Rekruten an. Targeting for an Elfstraff. Okay, der leichte Laser ist immerhin kritisch beschädigt. Ähm, wen nehmen wir jetzt? Du kriegst hier und da... Warte mal. 70? 70? Das bringt auch nicht wirklich was. Wir springen trotzdem für den Ausweichwert. Roger. Komm, wir versuchen hier, das Ding wegzuschießen. Zack. Treffer. Stubbel. Du hast nur die Kurzstreckenraketen. Oh, nee, halt. Wir wollen nicht in das Sichtfeld von den Geschütztürmen. Ähm. Okay, hier sind wir außerhalb des Sichtfelds von den Geschütztürmen. 80% für die vier Raketen. Na, egal was du triffst. Hauptsache, du machst irgendwas. Er hat nur noch die AK-10, der Dude. Okay, Andre. Er ist bereit für die Orte. Da werde ich den einen Geschütztürmen im Blick. Hm. Das wollen wir nicht. Das unwegsamen Gelände nehmen wir jetzt einfach in Kauf. Eigentlich würde ich ja schon gerne auf den Torso schießen, aber der wird mir hier angezeigt, dass nur 9%, weil die Sachen hier interferen. Hier die 48er, 48er, aber die können wir halt nicht auswählen. Ähm. Na gut, dann machst du hier keinen Präzisionsschlag, sondern schießt einfach so auf die... Schießt einfach so auf die Seite drauf. Das müsste eigentlich alles in den zentralen Torso umgeleitet werden. Vor allem die AK-20. Piu, piu. Oh, er hat noch 20 Rüstungen im zentralen Torso. Ha, ha. Aber er bewegt sich nicht. Okay. Lady, möchtest du hier zum finalen Schlag ansetzen, oder möchtest du auf den Geschützturm ballern? Gucken wir gleich mal, wie die Chancen sind. 65 mit der AK-10, 75 mit der AK-10. Ja, komm, dann schalten wir den Geschützturm aus. Hast du gut gemacht. Nein, ich kann sie da stehen bleiben. Alles in den Felsen erfasst. Wow. Oft abgeabschickt ist die Kavallerie. Nice. Echt jetzt? Oh. Okay. Nur damit hier noch die Geschütztümmel geplättet werden, oder wie? Äh, du hältst dich zurück. Ich möchte nicht, dass du von dem Geschützturm angegriffen wirst. Ach ja, noch zwei. Ah, ja gut. Dann? Hä? Oh, Mann. Dann jagen wir eben die vier Raketen ein. Oh, ich glaube, André zieht ihn gar nicht. Oder zumindest hat er nicht die Reichweite dafür. Aha. Halleluja. Sehr schön gemacht von mir wieder. Ah ja. Dann kriegt der Kleiner halt ein bisschen aufs Maul. Ach, Schaden ist okay. Das fällt doch gar nicht auf. Der eine fiel in der Arm ist... Wurscht. Muss ich nicht zahlen. Was ist das, Boss? Na, Stubble? Darf ich? Danke. Da können wir auch ein bisschen, ähm, Ausweichen aufbauen. Hat der echte da welche in den Boden gejagt? Oh, Mann. Ach, sie kann ja runterjumpen. Ah, dann sieht sie aber den Turm nicht mehr. Es sind nur noch zwei Schuss mit der AK-10. Braucht nur den einen. Wunderbar. Und jetzt heißt es auch nur noch eine Basis einnehmen. Ohne, ähm... Ohne Kampfgedönse. Ohne Kampfgedönse. Moment, kann ich nicht... Achso, doch. Aber das müssen scheinbar alle Max drinstehen. Noch so, doch nicht. Gefahrenzulage. Ja, finde ich eigentlich auch. Mission Successful. Okay. Knapp 50.000, aber das haben wir ja eh einkalkuliert, dass wir da nicht so viel Cash rauskriegen. Ähm... Ach, die kriegen auch, äh, die kriegen auch, äh, EP? Hm, die sind mir eigentlich überall. Was nehmen wir uns da? Hier, einmal das Enforcer-Teil. Hm. Daher ist das irrelevant. Kommen wir neben die AK-10 und die... Ja, das können wir... Wir kriegen eh alles. Okay, dann gucken wir mal. Können wir jetzt... Hm, bei André noch was draufklatschen? Hm... Na ja. Ich glaube, ich gehe auf die Taktik mit ihm. Unsere Mechs... Ja, die sind alle tippitoppi in Ordnung, ne? Einer wird noch repariert, oder wie war das? Der Trebuchet ist in sieben Tagen bereit. Der Shadowhawk, da muss ein Arm angebaut werden. Den Trebuchet, den haben wir, glaube ich, einfach nur umgerüstet. Dann gucken wir gleich in die Aufträge. Haben wir uns den Laden angeguckt? Haben wir bestimmt angeschaut. Ah ja, dann gibt es nicht sonderlich viel. Also, Aufträge. Wir könnten hier nochmal... ...auf demselben Planeten was machen. Versorgungslinien. Verletztes Personal. Und ist das ein... Nee, Kampf. Das Ziel ist es, eine lanzefeindliche Einheiten anzugreifen, und zu besiegen. Okay, was ist die Fabrikschließung? Zerstör die Basis. Oh, maximaler Schrott. 23. Er ist aber auch, äh... ...schwieriger. Komm, wir machen das hier als nächstes. Wir verhandeln das schon mal. Ah, wir gehen nicht full salvage. Da wir da wahrscheinlich... Also, wenn es so läuft, wie gerade eben. Aber wir brauchen eigentlich momentan nicht wirklich Cash. Komm, wir machen das so. Hm? Oh, der hat Schaden auf die Rüstung gekriegt. Aber er hat automatisch seine Armor wieder... ...wieder dran. Ähm... Ja, wir nehmen das einfach trotzdem so mit. Wer kommt mit? Lahm kommt in den Spider. Moment, hat er eigentlich hier... Der hat nur ein M-Laser. Dann ist das ja eigentlich schon verdüllt. Ah, Katja hat nur das Ding. Wir nehmen Medusa hier rein, und die Katja in den Blackjack. AK2 Medium Laser. Der hat auch nur Medium Laser und eine PPK. Nee, dann wechseln wir das so. Ja, doch. Das... Das nehme ich so. Also. Nächste Runde. Machen wir den Auftrag. Wir sehen uns dann direkt auf dem Schlachtfeld. Ich stelle... ...noch was in den Einstellungen um, dass wir hier nicht immer die ganzen Bewegungen angucken müssen. Das zieht sich doch ein bisschen. Ich glaube, ein bisschen schnellere Missionen wären nicht verkehrt. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.